Die meisten Philosophen würden sagen, dass der Satz, es gibt die Zahl 7 oder es gibt die Zahl Pi, enger verwandt ist der Behauptung, viele Modeströmungen begannen in Kalifornien, als der, viele Geister oder einige Geister spuken in einigen Häusern. Und Modeströmungen sind eben etwas Abstraktes. Irgendeine Abstraktion aus vielen Einzelfänomenen. Von daher legt sich wieder die Frage, was sind diese abstrakten Entitäten? Sind Zahlen so etwas Ähnliches wie eben Modeströmungen? Oder sind sie mehr? Haben sie einen tieferen Bestand, der vielleicht über das, was Menschen tun, hinausgeht? Eine andere Parallele. Wenn wir den Satz nehmen, Peter ist kleiner als Hans, und den Satz nehmen, 7 ist kleiner als 9, dann sind diese beiden Sätze grammatikalisch äußerst ähnlich. Und die grammatikalische Ähnlichkeit kann dazu führen, die Zahlen genauso als Objekte zu betrachten, wie Peter und Hans, sie in gewisser Weise zu verdinglichen. Ob das philosophisch eine erstrebenswerte Position ist, ob es dafür Argumente gibt, oder ob es sich dabei um einen Fehler handelt, dass wir uns durch die Strukturen der Sprache verleiten lassen, etwas für dinglich zu halten, was in Wirklichkeit keine Dinglichkeit hat, keine Entität ist, das muss im Folgenden dieser Vorlesung diskutiert werden. Man kann sagen, dass dies eine extrem abstrakte Frage ist. Es ist in der Tat eine extrem abstrakte Frage, aber ich hatte Ihnen gerade schon gezeigt, dass davon große weltanschauliche Konsequenzen abhängen. Etwa, ob der Materialismus wahr ist. Außerdem, die Zahlen sind zunächst mal nur ein Beispiel für abstrakte Entitäten. Im Folgenden werde ich Ihnen zeigen, dass die Debatte, die ich exemplarisch an den Zahlen vorführe, noch viel weiter gefasst werden kann zum sogenannten Universalienproblem. Und das Universalienproblem ist eines der Kernprobleme der abendländischen Philosophiegeschichte. Es gibt keine Möglichkeit, die abendländische Philosophiegeschichte zu verstehen, ohne das Universalienproblem zu verstehen. Drei große Positionen kann man philosophiegeschichtlich angeben, zu der Frage, ob es die Zahlen gibt oder nicht. Die erste wird gemeinhin der Realismus genannt oder auch Platonismus. Und er besagt, die Zahlen existieren unabhängig von unserem Verstand, unabhängig von unserem Denken. Also selbst wenn kein Mensch an die Zahlen oder die mathematischen Entitäten denkt, sind sie immer noch da. Das liegt dann auf der Hand, wenn sie außerhalb von Raum und Zeit existieren. Die zweite Position sagt, ja, die Zahlen existieren, aber sie existieren nicht wirklich unabhängig von uns. Die Zahlen existieren abhängig von unserem Verstand, wir machen die Zahlen. In der Philosophie der Mathematik wird diese Position meist Intuitionismus genannt. Die Zahlen sind also von uns abhängige, von uns geschaffene Entitäten. Entitäten des Verstandes. Und die dritte Position ist der Nominalismus. Der sagt, wir haben uns über die Existenz der Zahlen getäuscht. Sie existieren in gar keiner Weise. Lediglich durch die sprachliche Nähe zu Eigennamen wird eine Illusion erzeugt, die es so scheinen lässt, als würden wir, wenn wir Zahlen reden, über Dinge reden. So wie wir über Peter und Hans reden. Es ist also die Form der Sprache, die uns dazu verführt, anzunehmen, die Zahlen existieren. Wollen wir uns diese drei Positionen etwas genauer anschauen? Wollen wir uns diese drei Positionen anzunehmen?